leute was geht ab und willkommen auf dem nation kanal wie ihren titel schon lesen könnt habe ich meinen neuen controller bekommen hier unten drin ist das gute schmuckstück heute gibt es das erste video dazu es geht ab wie die feuerwehr ich sag's euch ich hatte am anfang ein bisschen probleme es ist so verrückt es hat so viel power es hat einfach jetzt doppelt so viel leistung das teil einfach nur mit einem controller jetzt hier runter wert gar kein problem das vorderrad zu lupfen let's go die gasernahme ist halt auch so bissig ich beschleunige hier und es heizt so ab das video wird absolut nicht strukturiert sein tut mir leid dafür schon mal aber es ist so brutal wie die dieses teil abgeht es ist so viel einfacher zu wien oh mein gott die gasernahme ist so angenehm ja es ist einfach jetzt ein bisschen fehlerverzeihender auch dass wenn ich ein bisschen zu tief kommen dann werde ich dann kann ich sie wieder hoch lupfen oder irgendwie behalten ich war auch noch nicht im gelände mit dem teil also ich glaube man muss hier wirklich nicht den akku auch noch upgraden schaum maisfeld ist abgeholzt dann werde ich hier mal krass also ich würde sagen die geht jetzt ich glaube sie hat jetzt ungefähr die leistung von der ktm ja ja die die schiebt die schiebt jetzt richtig an geil und sofort in den wheelie es ist so brutal und die kurve traue ich mich jetzt nicht aber alter wer ist um die kurve direkt in wheelie let's go ich weiß es nicht fahr mal einfach hier mal rein das soll man das einfach mal machen machen wir mal den sport modus rein mein reifen grip ist auch nicht mehr gerade der beste deswegen bin ich auch umso mehr gespannt ob ich jetzt diesen einen hügel hochkommen es hat auch extrem viel geregnet und das erschwert mir auch noch mal das einzige positive ist dass ich jetzt mehr drehmoment zur verfügung habe aber wir testen es jetzt einfach mal hier geht's hoch ich habe auch schon nassen arsch einmal versuchen es noch mal dieser holzbrett dieses holzbrett ist war wohl nix aber no problem lag glaube ich eher mein fahrerischen können dass wir es nicht geschafft haben alter gar kein auftrag hier hoch zu kommen so ich mache mich jetzt wieder auf dem heimweg habe heute nämlich noch was vor und falls ihr noch irgendwelche fragen zu dem top controller habt oder allgemein wohl viele von euch mir sowieso mehr weiterhelfen als ich denen immer wenn ich die frage habe schreibt irgendjemand in die kommentare finde ich ultra geil von euch vielen vielen dank zeit gespannt ich werde auch vielleicht in zukunft bald mal wieder mit daniel fahren gehen er hat auch 72 volt und er hat ja auch noch eine bypass batterie und das würde ich alles gerne mal testen auf diesen bike deswegen falls ihr solche videos nicht verpassen wollt lasst mir super gerne ein abo da würde mich sehr freuen und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig als zu sagen danke fürs zuschauen leute man sieht sich spätestens im nächsten video haut rein bis zum nächsten mal und ciao